Wunderbar, wir sind im nächsten TLO-Game. Eha. Ihr verpasst. Ne. Ich habe immer ein Adlerauge drauf, ob die in der Lobby sind oder nicht. So. Ähm, wo ist mein? Ah, da ist es hin. Anscheinend gibt es Berichte, dass Nordkoreas Kim Jong-un verstorben ist. Man ist hier noch nicht sicher, ob es Fake-Meldungen sind oder nicht. Gerade in meinem Ticker mitgekriegt. Äh, okay. Wir sind im Game. Orange und Rot. Sehr schön. Ja, wir haben den Roten Zerg, der eben das Match gewonnen hat. Beim Team Liquid ist TLO. Und der spielt gegen den Protoss hier in Orange. Und das ist Fighting Frog. Aus Schweden. Bei den Outlaws. Wie genau das Team von ihm heisst, weiß ich gerade gar nicht. Und da muss ich auf der Legula gucken. Okay, da steht er noch als Makers. Aber bei Makers. Ist er überhaupt noch bei Makers? Ist doch gar kein Thema mehr, oder? I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall PVZ. Das heißt, Hedge Gas Pool, Speed Upgrade, Hedge versus Gateway Expansion into Stargate. Stargate ist nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Lassen wir erstmal den Obi fliegen. Weil wirklich, PVZ ist am Anfang ein sehr ruhiges Matchup. Ja, Novolod fliegt dran. Und wir haben immer noch keinen Cybernex Cone. Und wir haben noch keinen Nexus fertig. Wie gesagt, das zieht sich. So, wir haben einen Stalker. Und wir haben den Robo. Wir haben kein Stargate-Operner. Robotics Facility. Als Tech-Gebäude. Ovolod wird geschossen. Es wird hin Ovolod. Doch, er sollte das schon überstehen. Aber er hat nicht mehr viele Hit-Points über. Ja gut. Er hat wirklich nicht mehr viele Hit-Points. Der letzte Hit hat dann auch gefehlt. Dann wäre der Ovolod gefallen. Das war aber knapper als erwartet. Ja, diese High-Ground-Schleicherei von den Ovolods kann manchmal ziemlich lange dauern. Thiel holt sich seine dritte Hedge. Scoutet nochmal beim Link durch die Gegend, falls da irgendwann Proxys da stehen sollte. Und ein anderes Proxy-Gebäude. Aber da ist nichts. Die Robo steht zu Hause. Und es kommt sofort ein Warp-Prism. Das wird auch direkt rüber gerallied. Jiii. Jupp. Bis vor die dritte Base. Ovolod kann natürlich jetzt hier nur sehr, sehr schwer nochmal scouten. Selbst mit Speed-Upgrade mit so wenig Hit-Points tut man nicht viel. Thiel hat aber noch einen zweiten Ovolod unterwegs. Und der könnte am Warp-Prism eventuell vorbeikommen. Wenn es gut läuft. Warp-Prism-Laden-Adapt. Und danach gibt es noch einen Twilight-Council. Und jetzt Ovolod. Nein. Nein. Er hat es nicht. Er hat es nicht. Warp-Prism kommt dran vorbei. Und da kommt mehr Adepts reingebaut. Thiel-O weiß. Warp-Prism noch nicht so ganz von seinem Glück. Der Link sieht das auch noch nicht. Also bisher Fighting-Frog kann das gut durchsneaken. Denn Adept go. Thiel-O geht jetzt schon mal auf den Roach-One und Lair-Tag und Spork-Roller. Aber die Adepts stehen jetzt halt schon da. Die erste Queen nimmt Damage. Und noch ein Adept. Jetzt wird Wrestling-Laves nachträglich angedrückt. Aber die Adepts sind halt schon da. Thiel-O muss die Defense organisieren. Und er hat da momentan Zircling unterwegs, die jetzt nicht die beste Defense gegen Adepts sind. Spork-Roller wird nichts. Shade kommt rein, geht's in die Main-Base. Das Warp-Prism ist jetzt natürlich nicht in der Nähe. Adepts können versuchen rauszuschaden. Aber, okay, nein. Re-Call einfach direkt. Ein Adept geht down. Zwei Adept gehen down. Der Rest wird gesaved. Warp-Prism lebt natürlich noch weiter vorne. Und die Adepts setzen sofort nach. Wollen sofort wieder raus. Am Stalker vorbei. Stalker macht auch freundlich die Lücke auf. Und ja, Resident Evil-Laves ist unterwegs für Fighting-Frog. Also er will sofort nachsetzen. Mit der nächsten Welle Adepts hat natürlich das Warp-Prism nur noch. Das Sorbt hier auch nochmal weiter rein. Thilo hat da eine Queen in der Nähe, aber nicht nah genug. Und hier die Linge weiterhin am Fighten gegen Adepts. Off-Creep allerdings mitgegen einige Adepts. Adepts scheinen auch nochmal stellenweise weiter. Die Linge werden weniger. Hätten aber den Fight durchaus gewinnen können. Resident Evil-Laves ist in wenigen Sekunden da. Und der nächste Warp-Pin kann natürlich auch kommen. Also jetzt sind aber Roaches mit dabei. Können die Adepts dagegen genügend ausrichten? Resident Evil-Laves-Adepts finden sie immer ein bisschen schwächlich. Ich bin mit denen irgendwie nie so ganz zufrieden, was die an Damage machen. Aber Fighting Frog versucht's. Wenn man die Hedge bekommt, ist er natürlich schon ein ziemlicher Luxus. Roaches waren nach hinten gespielt. Die Roaches vorhin wird angegangen. Und die Adepts haben die Hälfte der Hit-Points schon vernichtet von der Hedge. Mehr und mehr Dinge werden da noch rausgenommen. Mein Internet hat gerade überhaupt keinen Spaß. 22.30 Uhr, ja gut. Sollte jetzt dann besser werden, wenn weniger Leute hiermit sind. So, hier wird jetzt der Fight angegangen. Die Hedge ist halt fast da und die Adepts aber kiten sich durch die Linge. Doch die Adepts haben da einen guten Job hier. Tielo, der Fight sieht nicht so gut für ihn aus. Und die Adepts, hier haben die Hedge immer noch am Leben gelassen. Die Roaches werden das am breiten. Jetzt kommt hier der Snipe auf die Hedge. Die Adepts ein paar werden eingeladen. Die restlichen wollen raus Shaden. Und der Shade gelingt auch. Ein paar der Adepts kommen raus. Das hat Fighting Frog jetzt auch noch einiges an Army Supply gekostet natürlich. Aber er hat die dritte Hedge effektiv zerstört. Das heißt, er hat hier gerade mehr Mining als Tielo. Der schickt aber seine Roaches jetzt alle rüber. Und kann Fighting Frog dagegen was vernünftig anstellen. Er braucht jetzt halt den definitiven Schwung an Immortals, um das in den Griff zu kriegen. Weil das sind viele Roaches. Wir haben sonst die Roaches auf dem Feld gegen sieben. Adepts, drei. Und das Swap Rhythm ist gerade hier drüben gestorben. Die Adepts wurden nochmal ausgeladen. Die Queen hat den Snipe bekommen. Die Queen stirbt dafür aber auch. Trotzdem, das Problem ist jetzt hier. Roaches vor der Haustür. Es ist ein Immortal mit dabei. Aber bis ein Immortal so viele Roaches totkriegt, das dauert. Die Roaches machen doch guten Schaden. Die dritte Basis von Protoss. Oh, die wird nicht gecancelt. Das heißt, es könnte einfach einen Trait der dritten Basen geben. Die Roaches kiten jetzt hier oder erspucken das Gebäude tot. Und der Nexus stirbt relativ schnell. Die Roaches müssen aufpassen. Können sich da nicht zu weit vorwagen. Währenddessen die Adepts nochmal drin. In der Mainbase sind Kinder nochmal ganz zu Schwung an Drones. Er ist hier los. Work Account ist gar nicht so hoch. Versucht jetzt mit den Roaches hier zu fighten. Der Immortal keidet nach hinten. Vorsteht wird gesetzt. Mehr Vorsteht werden gesetzt. Die Roaches werden jetzt gut geschleust. Und Thilo, der Fight, sieht nicht so gut für ihn aus. Da macht Fighting Frog einen guten Job. Die Adepts wurden jetzt gecleatet. Haben aber nochmal sieben Drones mitgenommen. Thilo hat zwar die dritte bekommen. Aber er ist economy-technisch trotzdem nicht in der besten Lage. Seine dritte wird nämlich auch gerade neu gebaut. Also das sieht nicht so schlecht aus für Fighting Frog. Man sieht hier, das Mining ist ziemlich gut in der Zeit, wo er Harrest hat. Weil der Work Account natürlich auch ein ganzes Stück besser ist. Das dritte Basis wurde jetzt in Spire bei beiden neu gestellt. Und Thilo hat einen Spire in der Zeit gebaut. Oh, die Roaches. Die finden nochmal den Weg an den Nexus. Der kann dieses Mal im Moment gecancelt werden. Aber die Protoss-Army ist unterwegs. ESG-Skort-Boot-Opfer. Hallöchen. So, Overlords werden beschossen. Stalker pushen nach vorne. Blink kommt für den Protoss. Und ja, Thilos-Army ist eben halt auch nicht mit dabei. Die Army ist einfach hier reinmarschiert in die Natural. Das heißt jetzt wird es base-trading. Aber hier sind immer noch einige Roaches. Weil wie viel kann ein Fighting Frog hier machen? Der Adept hier drüben killt nochmal ein paar Drones. Die dritte Basis damit auch nicht wirklich am Arbeiten für Thilo. Große Fall auf die Force. Die Drones hat mit reingezogen. Wie gesagt, das wird sehr base-trading hier. Aber es kommen mehr und mehr Roaches für Thilo. Die Drones sind mit am Fighten. Das heißt, beide finden hier auch massiv Work-Account. Warp-Riss-Army dabei, um die Immortals zu jonglieren. Die Protoss-Einheiten werden weniger. Das Warp-Riss versucht da zu safen, was irgendwie geht. Die Roaches werden auch weniger. 17 Props, 20 Props. Weil die Roaches hier weiter am Chaos stiften. Props fighten gerade auch mit, um diese Roaches in den Griff zu kriegen. Die Roaches werden jetzt hier auch weniger. Kommt nochmal eine Immortals mit dazu. Wir sind jetzt bei 28 zu 25 Worker. Hier könnte nochmal ein Overlord fast fallen. Zwei Overlords werden ziemlich low. Oh, die Protoss-Einheiten hier müssen aufpassen. Vorsicht nochmal gesetzt. Eine Sentry geht dann nochmal down. Die Roaches wurden aber alle gecleared. Und ja, die restlichen Protoss-Einheiten marschieren jetzt rüber. Auch mit ein paar Probes. Einfach weil. Blink ist gleich drauf. Aber es kommen ein paar Mutas. Aber nicht wirklich viele. Drei Mutas sind jetzt nicht unbedingt eine sonderlich gefährliche Anzahl. Und hier die Immortals haben genügend Stalk-Unterstützung, um mit ein paar Mutas fertig zu werden. Da starten wir schon mal die Overlords hier. Und sofort geht es weiter. Der Kanthilo, dass irgendwie die Fenton-Browns werden sofort wieder gepullt. Versucht das jetzt hier irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Mutas kommt auch mit angeflogen. Drones sind mit drin. Die Mutas ist da schon bei einer gestorben. Die nächste ist auch schon angeschlagen. Immortals hier. Einer wird gesniped. Der zweite wird gesniped. Die Immortals werden weniger. Die Stalker sind jetzt hier immer blink unterwegs. Und da kommt nochmal ein dritter Immortal vom Süden mit dazu. Die Mutas will ans Warp-Rism ran. Die Stalker kiten weiter nach hinten. Es sterben nochmal Wirke hier. Die neuen Drones und drei Probes. 22 zu 23 Wirke hier nach neun Minuten. Keine dabei. Da hat wirklich mehr viel Economy übrig. Die Drones werden nochmal ein bisschen gekallt von den Stalkern. Die können gleich nochmal blinken. Das Hopp-Rism ist mega low. Hat 18 mit Freunden noch die Stalker. Oh, da geht das Hopp-Rism auch an. Die Mutas Hamling-Kill bekommen. Der Immortals stirbt ebenfalls. Und jetzt sieht das ziemlich schlecht aus für Fighting Frog. Aber jetzt ist seine Armee komplett gebrochen. Und Geld hat er halt auch nicht wirklich. Gut, Thielo hat auch nicht wirklich Drones. Aber ja, Protoss ist auf einer einzigen Base. In der Schuhe wird das gerade neu gebaut. 22 zu 23 Wirker. Und die Stalker kriegen nochmal ne Queen. Link wird es noch genutzt, so gut es geht. Aber Fighting Frog, ja da kommen einfach... Da kann er nicht mehr viel machen. Thielo ist einfach schon zu weit vorne. Hat trotz allem einfach zu viel Army Supply. Somit ist das GG das 1 zu 0 für Thielo. Was für ein verrücktes erstes Game hier. Die Adapts mit dem Warp-Prison. Und dann ging es weiter mit dem Resident-Englaives. Und dann kam der Roach-Counter-Attack. Und dann auf geht's mit Map Nummer 2. Simulacrum. So, wir haben den Sörg mit der einzelnen Führung. Es ist Liquid Thielo. Und er spielt gegen den Protoss. In orange oben links. Es ist Fighting Frog. Er hat auf jeden Fall gekämpft, der Frosch. Er hat fleißig gekämpft. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht. Für die erste Map. Mal sehen, vielleicht hat er noch einen Masterplan für Map Nummer 2. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal übliche Opener. Das heißt, die ersten 3 Minuten werden recht unspektakulär ablaufen. Denn da gibt es keine frühen Pools, keine Forge, keine Proxy-Gebäude. Das wird alles... Es beginnt alles, wie es sich für ein ehrbares Makro-Game gehört. Genieße einfach mal meinen Kaffee. Ninsige Wudelt. Dankeschön für das Twitch-Prime-Abo. Außen nichts. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich hoffe, du kannst mit einem... Mit einem Ovi-Emo und was anfangen. Der kann ich leider nicht anbieten. Aber Dankeschön. Genau dieses Ovi-Emo, was Jibra Ratschutz-Syn vor sich hin spammt. Jibra, beherrsch dich. Nein. Ist ja cool. Tatsächlich, mir gefällt das. Diese zweite Design-Variante gefällt mir viel besser als die erste, die ich ursprünglich hatte. Weil sich das Rot im Dark-Mode so viel besser abhebt. Und der Overlord auch noch erkennbar ist, tatsächlich. Ich habe mal nicht ganz miserable Design-Arbeit geleistet. Halleluja. So, Overlord kommt in die Produs-Mainbase. Wir haben einen Adapt unterwegs. Wir haben einen Gateway-Expansion. Und beim Surcatch-Gas-Pool Speed-Upgrade. Und die dritte Edge kommt da ebenfalls. Da ist die Drone dafür. Jiii. Go, kleine Drone. Flump. Ah, hat noch kein Geld dafür. Da fehlen noch ein paar Minerals. Und immer noch. Hundert. Fünfzig. Die macht sich bereit. Sie ist ganz angespannt. Und. Klopp. Wieder ein Sub-Mainbase. Bald gibt es Medi-Werklauf. Na. Also wir sind jetzt bei fünf Subs, glaube ich. Und wir brauchen 15. Also wir bräuchten dreimal so viel. Atom-O-Pier. Dankeschön. Snacks-Hit-Witsch beim Abo. Grüß dich. Gebra. Ist das Copy-Paste oder hämmert der einfach nur auf den Button? Ich bin mir nicht sicher. So, Adapt ist hier unterwegs. Wir haben wieder ein... Und wir haben dieses Mal den Stargate-Opener. Adapt schaltet mal nicht rein. Und Yellow hat das aber auch schon direkt gescoutet, dass dann Stargate mit Oracle kommt. Kann sich also komplett drauf vorbereiten. Mal sehen, baut das Stargate mehr als ein Oracle. Bisher. Nope. Es bleibt bei einem einzigen Oracle tatsächlich. Das ist verhältnismäßig wenig für ein Stargate-Bild. Meistens sieht man die Prodors durch aus dem Meer aus dem Stargate produzieren. Ein zweites, drittes Oracle, Phoenix hier mit dazu. Könnte dann auch theoretisch ein zweites Stargate und doppelt Stargate Phoenix werden. Aber nein. Fighting Frog sagt sich ein einziges Oracle. Er nutzt es auch gar nicht wirklich offensiv, sondern eher einfach als Scouting-Tool. Weil er ist offensiv eh nicht so viel erreicht. Theolo hat nämlich Spore-Color schon gebaut. Und die Queen, die... Okay, es kommt ein verspätetes zweites Oracle. Also es wird tatsächlich eins gebaut. Kommt aber später. Aber ja, so viel Damage machen die Oracle ist heutzutage nicht mehr. Das war früher irgendwie voll der Krisenpunkt, wenn Oracle beim Gegner aufgeschlagen ist. Inzwischen sind die Spieler da viel entspannter, was die Oracles betrifft. Aber wir haben fünf Queens auf dem Feld. Eben zwei Spore-Color. Es kommt ein Leertag. Es kommt ein Roach-Front für Theolo. Trotzdem alles eigentlich noch recht üblich. Und hier wieder ein paar Adepts, die unterwegs sind. Die eventuell sehr viel Damage anrichten können. Wee, der Shade. Der Typ wird auch gesnipet. Und da sieben sie rein. Aber sagen sie, nee, ist es vielleicht zu kritisch. Weil der Fight gegen die Queens ist trotzdem ziemlich schwierig. Die Queens klein zu kriegen. Weil wenn wir die genügend Energie von John Seuss zusammen kriegen, hört man die Queens halt nicht los. Somit ziehen sie die Debs erstmal zurück. Man hofft, dass der Sorg da ein bisschen Defense gebaut hat in der Zeit. Wenn man da nicht einfach nur den Drone-Knopf durchgedrückt hat. Und ja, die Oracles. Sie sind, wie gesagt, nicht die größte Bedrohung heutzutage. Vielmehr für die Map-Vision. Ein bisschen Map-Control da. Aber nicht diese Brachial-Harassment. Im Moment, ein Oracle kann immer noch sehr viel Damage machen. Aber die meiste Zeit sind die Sorgs heute so abgeklärt, dass sie das ziemlich easy defenden. Auch die Terranen haben das inzwischen ziemlich gut im Griff. So, und Theolo denkt sich, nee, wir machen das Match nicht so lang. Wobei, bei Theolo ist es noch gar nicht so spät. Theolo ist ja in Kanada. Bei dem ist es gerade, ja, nachmittags, abends. Ich weiß gar nicht, in welcher, in welcher Zeitzone er ist. Du darfst aus, du darfst gar nicht ausrasten, Chibra. Ja, ich finde es auch cool. Ich freue mich über jeden Sub. Das ist immer wieder überraschend. Ich rechne eigentlich nie damit groß, dass einer reinkommt. Und es ist immer wieder schön, dass das aufkloppt. Ich finde es auch schön, wenn der Ovi genutzt wird. Dafür wurde er gemacht. Um gepostet zu werden. So, ja, die kleine Protoss-Truppe hier versucht eben den Zerge dazu, Einheiten zu zwingen. Was allerdings Fighting Frog, glaube ich, noch nicht so ganz auf dem Schirm hat, ist, dass der Theolo schon ganz andere Pläne hat. Denn der Nydos ist schon fertig in der Main. Und die Linge rennt rein. Recoil wird gezündet. Und ja, Linge killen zwei Probes. Recoil komplett auf die Army. Und der Nydos steht noch. Das ist halt komplett außerhalb der Vision gewesen. Vorweiter der Frog hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, die Dinge machen ja mal der Nedge, weil ein bisschen Damage, drei Probes gehen bis zuerst da und ab der Nydos lebt halt noch. Und jetzt sind die Roaches da. Und es werden mehr, mehr und mehr und mehr. Sein Swizzletax kommt auch noch. Die Frage ist, kann Theolo hier durchdrücken? Gegen die Oracles, gegen die Immos, die Protoss-Einheiten hier? Nein, er bricht erst mal die Aktion ab und sträts neun Nydos. Die Action ist hier noch nicht durch, denn die Nydos Party geht erst los. Protoss hat in der Zeit drei Basen und Fighting Frog hat 72 Probes. Also Theolo muss auch wirklich Damage machen mit dieser Truppe hier. Ansonsten sieht es ziemlich schlecht für ihn aus. Sonst läuft nämlich der Protoss da davon. Und er ein Zelt hält hier Wache gegen einen weiteren Nydos. Der zweite Nydos ist da, die Doaches waren hier rausgeschickt. Da wird das Nydos zwar weiter beladen, weiter wird rausgespuckt. Nächste Nydos kommt hier. Der Observer währenddessen ist nicht in der richtigen Position, um da irgendeinen Nydos zu finden. Leider. Ja, hier wird auch Creep begonnen. Theolo beginnt ein bisschen Belagerung, aber er dronet auch höher. Nächste Nydos. Das ist einfach, aus Protoss Sicht ist es einfach unangenehm. Ja, jetzt wird er ja mal die ganze Konstruktion gescoutet. I return to surf. Sagt der Immortal. So, der Nydos ist bisher aber nicht so aggressiv genutzt. Theolo, wie gesagt, er hat jetzt nachgedrown. Jetzt kann er das Economy-Technisch wieder ein bisschen mehr ergriffen. Jetzt kommen auch noch die Swarmhosts mit dazu. Und auch noch ein Verbindungs-Nydos zu seiner dritten. Das ist cool. Ja, es wird jetzt hier auch ein bisschen gescoutet. Natürlich Swarmhost, Locust, das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Jetzt die Probe sieht den Nydos hier. Der Protoss weiß den Nydos hier. Und die Zerg-Army wird hier einfach gejagt. Der Protoss rollt da jetzt einfach mal vorwärts. Und ja, die Sörge-Einheiten sind bisher nicht so begeistert gegen den Protoss hier zu fighten. Der Protoss räumt einfach mit den Nydos ein bisschen auf. Theolo hat hier bisher noch keinen weiteren. Das eine ist hier sein Backup-Nydos. Und der neue kommt hier unten. Nicht ganz in Range. Knapp. Das ist echt knapp. Das ist mega knapp. Das ist halb in Range. Aber nicht so, dass es aufgedeckt wird. Aber hier fliegen ja noch überall Overlords rum, die für weitere Nydos hier sorgen können. Zudem ist Creepsplot hier mit am Start. Ja, wenn die Einheiten ausgeladen werden, dann weiß es Fighting Frog. Bis jetzt, wo der Creep hier beginnt. Jetzt weiß er, dass hier Nydos ist. Weiß er jetzt, wenn die Swarmwursts ranfliegen. Ja, die setzen ab und... Es sind nicht viele Locusts, was Theolo da macht. Aber es sind nicht so viele Swarmwursts. Die Protoss anhalten kommen hier zu. Storm ist mit am Start. Und die Templer werden aber gejagt. Und die Templer warten zu Notfall-Archons, um sie zu safen. Funktioniert auch mehr oder weniger, dass die Oracles haben sich die andere Seite der Karte angeschaut. Theolo ist auf vier Basen. 75, 73. Aber an sich hat hier Fighting Frog die Nydos jetzt schnell in den Griff bekommen. Muss eben jetzt gucken, dass es nicht überraschen lässt, weil der nächste Nydos kommt auf jeden Fall. Die Roaches sind hier auch unterwegs, treffen auf ein paar Salads. Die Protoss-Ami ist hier aber auch am Puschen. Und jetzt... Okay, es wird wohl Base-Trading. Das... Der Protoss marschiert einfach rüber. Okay. Oracles treffen... Da werden schon Probes rübergeschickt. Das ist... Das ist ein geplanter Base-Trader. Deswegen, ich versuch's gar nicht erst, mich da endlos gegenzustellen. Sondern ich versuch, dich einfach zu killen. Theolo versucht's mit defensiven Nydosen auch hier oben, um irgendwie zu blocken. Er kann natürlich den Swarmwurst auch defensiv nutzen. Die Roaches sind wieder erstmal hier drin. Aber das sind Archons und Immortals, die die Roaches rausballern. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht hier für Fighting Frog, dass er hier in die Offensive geht. Killt er schon mal die eine Hedge komplett weg. Die Locusts hier kriegen Damage von Archons ab. Stürmer ist auch relativ schnell. Worker sterben massiv auf beiden Seiten. Mit dessen hier sind Salids drin in der Base. Blocken also auch hier das Mining. Diese Roaches hier waren Stück für Stück zu stückelt. Und ja, es sterben jetzt hier mehr und mehr Drones. Der Tech von Theolo ist hier am Wegsterben. Und die Swarmwurst sind gerade inaktiv. Und wenn der Nydos hier weg ist, kommen die Swarmwurst hier nicht mehr raus. Und das sieht alles ziemlich miserabel aus. Da kommt einfach direkt das GG. Fighting Frog lässt sich hier nicht verarschen. Geht nach vorne und sagt sich, ich kill einfach den Zerg. Ich hab keinen Bock auf sowas. Gut gemacht von ihm. Da mit Ausgleich und Thielo. Da hat er sich wohl ein bisschen überschätzt mit Salmonidusplay. Und dafür prompt die Quittung kassiert. So, Map 3. Jetzt geht's um alles. Beide kommen wir draußen. Es gibt ja noch einen zweiten Qualifier, an dem man teilnehmen kann. Also man ist noch nicht ganz durch, wenn man hier verliert. Na trotzdem wäre es natürlich schön, die Träume am Leben zu erhalten für die Qualifikation. Auch wenn das kommende Teilnehmerfeld immer noch ziemlich heavy ist. Ja, wir haben ja mal den Zerg in Rot. Es ist Liquid. T-L-O. Und gegenüber der Protoss, der wirklich... Er hat einen gewissen Killer-Instinkt. Das muss man ihm lassen. Es ist Fighting Frog. Er hat nämlich auch schon der erste Map versucht. Ich geh jetzt einfach rüber und kill den Zerg. Da hat es allerdings nicht ganz funktioniert. Und was hat... T-L-O. Okay. Wir kriegen kein normales PvZ, sondern T-L-O mit der Proxy-Hedge unterwegs. Ja, an der Base hat man nämlich ein besonderes Gas. Ein reichhaltiges Spin-Geist hier. Erkennt man daran, dass es violett ist. Funktioniert quasi wie die reichhaltigen Minerals. Man fährt einmal rein und kriegt anstatt 5... Sind es 7 oder sind es 8? Ich glaube, es sind 7. Man sieht auch, wird sofort genommen. Damit kann quasi T-L-O sein, den Gas-Mining ein bisschen umpolen. Und das sieht dann für den Bruder aus Doros ein bisschen verwirrend aus. Und da hier Fighting Frog eine ganze Weile nichts gauden wird, kann T-L-O sich da entspannt auf diesen Plan besinnen. Wenn wir sehen es dann nicht, wir können es dann gucken, sobald die erste Dronen hier drin ist. T-L-O wirklich, er schickt auch die Drones rüber. Also sofort reichhaltiges Gas-Mining. Man braucht quasi nur 3 Worker, kriegt dafür dann feldsmäßig viel Gas. Und natürlich in der Zeit, wo T-L-O's Drones unterwegs sind, fehlt natürlich auch Mining im Generellen. Bin gespannt, wie das langfristig funktioniert. In dem Fall werden die Drones hier reingeschickt. Und flupp. Und erstens 8, okay, es sind 8 Wespien-Gas, die gesammelt werden pro Trip. Und ja, jetzt wird T-L-O's Gas-Mining-Kamm geboostet. Auf 200, 160, 300. Das ist halt wirklich, das ist quasi ein... Ja, das ist halt schon... Wie viel hat der Brot aus momentan drin? 3, 3. Wie man sieht, T-L-O hält mit dem Gas und kann mit einem einzigen Gas mit. Und währenddessen sieht es halt so aus, ob er in der Main-Best überhaupt kein Gas genommen hat. Aber er forscht ja gerade den Speed-Upgrade. Das ist ein bisschen eine banale Situation. Und T-L-O nutzt das Gas auch sofort für den Roach-Warren. Er will da einen schnellen Attack draus machen. Das ist wahrscheinlich ein geplanter Ravager-Build mit dem Zusatz-Gas, das er da sammelt. Ja, 19 Drones, er baut Roaches, danach kommt Ravager. Er will schnell den Protoss überrollen. Der geht gerade auf ein Stargate. Und da ist auch die Queen mit unterwegs. Und ja, vom Protoss kommt keine Einheit drüber. Es wurde dieses Mal nicht mit einem Adapter eröffnet, sondern mit einem Stalker. Und es kommt danach eine Sentry. Also wirklich, da ist nichts, was Fighting Frog machen kann, das zu scouten. Er weiß noch überhaupt nichts von dem, was ihm hier gleich erfahren wird. Das ist das... Also, Fighting Frog wird nicht so viel Spaß haben. Telo hat mehr Spaß an dem Zeug. Hat natürlich auch die Overlords für die Vision. Und es geht los. Die Queen hier marschiert auch rüber. Es kommen Ravager. Es wird gepumpt. Es wird ein Creep-Highway ein bisschen errichtet, damit einfach die Einheit noch ein bisschen schneller da rüberkommt. Und es wird einfach mit diesen 19 Drones gesammelt, was das Zeug hält. Und ja, jetzt weiß Fighting Frog... Oh Gott, da kommen Ravager da. Ja, geht's auf den Stalker. Und der Stalker ist auch schon down. Und da... Das Forst-Fort ist sofort weg gewesen. Okay. Ja, hier geht's auf den Pylon. Das heißt, Warp-Gate unpowered, Production unpowered. Und eigentlich hat Fighting Frog jetzt hier fast nichts mehr. Noch ein Oracle, er hat sehr viele Propes, aber die muss er irgendwie da drauf schicken. Er muss mit dem Propes um in den Fight gewinnen. Das ist sehr risky auch, was Telo da macht. Der flirte auch gleich ein Ravager am Oracle. Das macht es sich jetzt hier an der Natural bequem. Das Oracle zu kriegen ist relativ schwierig. Es ist schnell unterwegs. Es killt fast einen zweiten Ravager. Hat jetzt aber keine Energie mehr. Und die Queen ist halt noch mit dabei. Und die Natural flirte nah an der Hitman. Und wie man sieht, Warp-Gate steckt halt fest bei 80, 87 Sekunden. Er schildbattern hilft dem Oracle. Zweites Oracle ist da. Es wird ein Void-Lay gebaut, aber Supply-Block ist es halt dabei. Und wenn der nächste stirbt, ist noch mehr Supply-Block mit am Start. Und dann wird hier alles gefressen. Ja, die ganze Natural stirbt. Und das setzt natürlich auch den Protostag weit, weit zurück. Telo hat natürlich in der Zeit auch nicht viel. Wie man sieht, er hat 18 Drones. Er baut einen Spork-Holler zu Not. Und baut immer noch Roaches. Also ist ja wirklich hart all-in. Versucht es jetzt mit einer Transition raus. Weil der Mark, der hat genügend Schaden gemacht. Und ja, ich bin mir aber nicht sicher, wie ich einfach Fighting Frog die ganzen Lingen umgehen will. Weil das Oracle killt zwar den Ravager, die Queens killen aber gleich das Oracle. Oh, der Ravager überlebt mit dem Tensius. Gut gemacht. Und ja, hier die Props nehmen am Fight mit Lingen. Und die Props fighten einfach nicht gut dagegen und Fighting Frog. Da wird einfach umgekämpft. Telo mit einer richtig cheesigen BO. Proxy Hedge mit dem Bonus Gas into ein Ravager Rush. Überrollt da Fighting Frog. Und ich mach das dann mit einem 2 zu 1 5 Minuten der dritten Web. Jo. Telo's Kreativität ist durchaus noch da. Und sie hat auch manchmal noch Erfolg. Okay, das war jetzt ein... Das hab ich jetzt so nicht erwartet. Aber so ist es jetzt halt gelaufen. Hahaha. Hahaha. Ja.